Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen diesen Term, soweit es geht, vereinfachen und auf einen Nenner bringen. Das können wir bei Bruchtermen genau dann, nämlich auf einen Nenner bringen, wenn diese Nenner gleich sind. Wir müssen also dementsprechend den Nenner x, x hoch 3 und hier ergänzt sich der Nenner 1, einen gemeinsamen Nenner bringen und das wäre in dem Fall x hoch 2. Also erweitern wir diese beiden Brüche so, damit sie ebenfalls diesen Nenner haben. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen also hier im Nenner aus x ein x hoch 2 machen. Das können wir dadurch erzielen, indem wir einfach mal x rechnen. Wir können aber nicht nur im Nenner mal x rechnen, sonst würden wir ja den Term verändern. Erweitern bedeutet, wir müssen im Zähler und im Nenner mit dem selben Faktor multiplizieren. Also wir multiplizieren im Zähler mit x und wir multiplizieren im Nenner mit x und erhalten also x dividiert durch x Quadrat. Den zweiten Term lassen wir unverändert 2 durch x Quadrat und den dritten Term. Hier müssen wir ebenfalls diesen Nenner auf x Quadrat bringen. Das heißt, wir müssen im Nenner einmal x Quadrat rechnen, also mit x Quadrat multiplizieren. Also müssen wir auch im Zähler mit x Quadrat multiplizieren. Das heißt, 3 mal x Quadrat durch x Quadrat. Jetzt können wir, nachdem wir lauter gemeinsame Nenner haben, tatsächlich alles auch auf einen Bruchstrich schreiben, nämlich im Nenner x Quadrat. x plus 2 plus 3 mal x Quadrat. Weitere Vereinfachungen sind jetzt nicht mehr möglich, da wir keine gemeinsamen Faktoren mehr kürzen können. Wir können hier und hier zwar den gemeinsamen Faktor x finden, allerdings hier diese Zahl 2 hat diesen Faktor nicht. Bitte auch Vorsicht, wir haben es hier zu tun mit einer Summe und aus dieser Summe heraus dürfen wir natürlich auch nicht kürzen. Das heißt, weitere Vereinfachungen sind nicht möglich. Damit haben wir das Beispiel auch schon wieder fertig gelöst.